hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von die aussicht hier oben ist einfach nur geil muss man ganz klar sagen ja natürlich blöd hat der horizontal immer so abgeschnitten wirkt aber das ist minecraft das ist halt so ich könnte die sichtweite noch ein bisschen höher drehen obwohl ich schon relativ weit hoch habe aber dann geht mir die frame rate zu weit runter die ist ja jetzt bei knapp 50 ich glaube dann geht sie unter 30 und das wäre keine so gute idee also über 30 möchte ich schon haben schon allein weil das hier als 60 fps video veröffentlicht wird so war das war falsch das war falsch das war falsch ok so du kannst eigentlich weg so und ja du hier könnte ich weiß ich nicht kann ich hier eine zwischenstation einbauen das hier wäre ja nach unserer fünfer regel der nächste boden aber das hier möchte ich ja glaube ich doppelt so lange haben ich stelle mir gerade die frage ob ich dann hier trotzdem so ein boden mache man weiß es nicht 1 2 3 4 5 wie habe ich das letztes mal gemacht so soll ich gemacht ha 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 so ja das klett da unten ganz so lange auf mich warten hoffe ich wobei du bist du bist du scheißegal und so dass jetzt alter blende die sonne ich komme noch nicht mal dran komm ich so dran war zwar jetzt ein bisschen risiko behaftet aber ich komme da echt nicht dran ich muss echt springen abend zu kurz dann machen wir von der anderen seite auch noch mal und da müssen wir mal wieder gucken wir haben ja so wir sind so selten runter zum gucken und jetzt können wir das mal wieder machen hoch das war aber jetzt das war auch außerdem noch zu weit nein abbauen kann ich aber dran setzen kann ich da nicht obwohl das ja näher ist es ist ja es in ordnung genau über meiner behäufe ist ja klar kann ich das jetzt von unten beurteilen obwohl hier der ganze scheißdreck noch im weg schwebt wobei der scheißdreck kann ja an und für sich zumindest zum größten teil weg wenn das so klappt wie ich mir das denke müssen wir da ja gar nicht mehr hin ja gut da müssen wir eventuell noch mal schon allein weil wir den müsst ja noch abgraben müssen aber alter blende die sonne so zum hallo hallo so dann gehen wir mal gucken hallo skelett ich komme alles gute kommt von oben bäms der hat gar keine zeit mehr gehabt um kopfschmerzen zu kriegen was taschen voll so knochen kann da sogar durfte ich noch nicht aufheben können ich ein bisschen 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 die werden die knochen so habe ich alles aufgehoben dann können wir mal lucky lucky machen ja von hier ist das schwer aber da käme ja schon das ist ja nicht man nicht die erste folge wo mal zum lucky lucky machen nach hier hinten müssen das gut das ist gut das ist das ist wirklich gut das gefällt mir machen wir jetzt da wieder zwischen boden kann man auch wieder aus blicks machen ist ja zum einen innen zum anderen man kann es nachher wieder austauschen teilweise also bis jetzt muss ich sagen haben wir wenig bis gar nichts was wir wieder austauschen müssten wo ich mich an und für sich von anfang an darauf eingestellt hatte eventuell die die säule da nur die farblich noch austauschen aber grundsätzlich hatte ich mich von anfang an so ein bisschen darauf eingestellt mit zum beispiel den bricks bauen und ist nachher wieder zu ändern in farbige bricks andere bricks whatever aber das haben wir ja bis jetzt glaube ich glaube ich ganz gut verhindert so das wäre dieser da können wir den draufsetzen nein so das gleiche können wir hier so ja ja mal leider noch nichts wo man dran ansetzen kann warum mache ich das jetzt mit dreck ich denke ich hätte direkt den setzen sollen jeder gleiche weg weg ach so hahaha wahrer gar nicht der ist es oder das ist verwirrt ne der da da der ist es der ist es so zack die können sogar weg so oder 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 ich glaube ja stelle mich mal geschickt dahin komme ich dann da dran ja komme ich dann und da auch jawohl das lasse ich mal weil das ist ja eventuell man weiß es nicht doch noch eine etage ich heb den dreck nicht oft das ist interessant hier wäre erst hier wieder ich glaube ja so ist das verwirrend es ist ja ja das lassen wir jetzt erst mal da wäre noch hier wäre die säule dann ist es so 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 woher gott ist das ein verwirrspiel so da wäre aber wieder eins raus wenn es denn so ist ich gehe aber echt schon von außen und merkt man sich man merkt es vielleicht vielleicht merkt man es sei das hier dann schon wieder gut durch kann ich dran kommen warum ist da sind das für eine dreck säule ach so ach so und ähm hallo 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 ich komme immer noch nicht dran ich konnte es doch tatsächlich aufheben also entweder bleibt das hier so ein hoher bereich was ich auch nicht um den schlecht finde oder das sind halt noch mal zwei andere aussehende schichtstürmchen wo man allerdings nur durch diese ritze hier raus gucken kann wobei man hier jetzt noch irgendetwas machen können müsste dass man hier dann nicht raus fällt aber sowieso erst mal wieder mal wieder loki loki machen man kennt es da kommen die ersten sachen schon geflogen kommt alles angeflogen alles kommt zu mir da da hat man es wird in erster linie nur dreck sein den wir hier verlieren und davon haben wir nun wirklich genug aber interessant wo das über alles noch unterliegt ich habe keine ahnung woher die jetzt geflogen kamen die wir jetzt noch gesammelt haben ja man sieht es wieder da ist die die dörthilfe stört wieder noch man sieht es wieder nicht so wirklich weil dunkel aber da ist auch noch eine dörthilfe das ja 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 aber ich glaube das könnte so hin das schauen wir morgen das geht 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 Vielen Dank.